Die Geschichte des Geldes Das Geld der Menschheit reicht von Eisenstäbchen und Armreifen in Westafrika, über Kakaobohnen in Mittelamerika, bis einst zu exotischen Federn in Melanesien oder Patronen in Äthiopien. Hauptsache es ist haltbar, zählbar und nur in begrenzter Menge vorhanden. Als nahezu ideal erweist sich die Kauri-Schnecke, die am weitesten verbreitete Währung aller Zeiten. In der chinesischen Frühzeit ist die Kauri offizielle Leitwährung. Ihr Bild steht bis heute Pate für das chinesische Schriftzeichen für Geld.